So, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wo ist eigentlich der Salim? Was machst du denn da oben? So wird es gehen. Und ich habe nicht genug Leben. Ich versuch's, ja. Ja, dann Bogenschützen, wichtig. Äh, Moment. Hier. Da brauch ich. Und ja. Ich brauch noch ein paar Leibbiker, ne? Diese Eisenschaft wäre sehr gut, aber man muss dann mich die ganze Zeit verteidigen, weil dann diese Truppen, die von hier kommen, würden dann da rauf gehen. Habe ich schmerzhaft erfahren müssen? Erstmal, ne? Gut, so, holzmässig ist gut. Ich baue hier mal einen Thun. Hier? Ne. Hier, glaub ich. Hier wäre schon ein guter Ort, eigentlich so in der Mitte. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, eigentlich so. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Der ist auch schon gebaut. Sehr gut. Habe ich hier wohl nur zwei. Vielleicht, ne? Ich habe nur zwei Dorfzentren. Sehr schade. Und Lehm gibt es nirgends. Mann. Das ist nicht gut. Lehm ist wirklich immer das, was mir am meisten fällt. Nicht Stein. Na gut, das kommt dann als zweites. Ich schichte mal alle hier rauf. Obwohl ja, Stein muss ich sagen. Ich muss jetzt sagen, viele Türme bauen. Können wir sehr willkommen sein. Ja, ja. Wie ihr seht, ich gebe so viel Stein. Das ist nicht einfach so, weil man Lust hatte. Achtung mit der Kanone jetzt! Ich will mal schauen, wie es hier so aussieht. Flieg! Ein Gegenangriff wäre mal etwas Interessantes, nicht? Ich nehme mal an, hier ist irgendwo ein Ton, eine Motte. Da sind vier trocken. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Na gut, nicht so viele, wenn man denkt. Die hat man recht schnell. Wenn man ein bisschen im... Also Spärte sind die wirklich schnell weg. Na gut. Ausbau fertig. Natürlich. Hand. Quatsch. Na los. Rauf hier. Das ist ja mal fies. Die Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Zahltag. Der Sieg wird unser sein. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Angriff. Was machst du denn noch hier? Sie schebert sofort. Wurde ich wieder angegriffen, oder wie? Da hat fast kein Leben mehr. Ja, nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt wird. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Wird erledigt. Ich muss also hier ein bisschen auf und runter gehen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wow, wow, wow. Und eben, Stein ist jetzt wichtig. Sieh mal an. Wenn ihr meint. Ähm, ich brauche da 50 Steine. Kein Problem. Diese Farben die ganze Zeit, aber eben noch nicht genug. Ah, genau. Voll vergessen. Na los. So. Ich glaube, Stein. Und weg mit dem hier. Fertig, Meister. Jetzt sollte ich wieder genug haben. Und dann noch diese Eisenmine. Wo ist sie? Sehr schön. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jetzt brauche ich 53, ähm, Steine für dann die Bogenschützen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Oh nein. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ausbau abgeschlossen. Ich habe da noch 17.000 Lehm. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Jetzt habe ich da noch ein paar Türmchen. Sehr gut. Da steht sie schon. Das Gebäude ist ausgebaut. Muss ich jetzt da auf der ganzen Linie Türme bauen, oder wie? Sieht wohl so aus. Und Bogenschützen bauche ich dann die hin. Ich nehme mal an, hier. Obwohl, die Feinde kamen gerade über hier. Ja. In der Nähe hier. Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vom Fleisch. Ah, du gehst hier rüber, so. Ja, ja, ja. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wieso kommen jetzt hier alle Patschüter da? Auf in die Schlacht! Mann, Mann, Mann. Äh, Bogen. Schützen. Hier. Sie schabbert. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuer. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Boom. So. Und die hat euch jetzt abwählen können. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Mann, Mann, Mann. Puff. Na gut, wie es aussieht, muss ich hier momentan ein paar Türme bauen. Und die ganzen Küsten entlang. Bis ich da genug Materialien habe. Hm, die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Schön. Ich hab getan, was ihr wolltet. Oh, Moment. Ich breche das schnell ab. Ausbauen, damit das ein bisschen schneller geht. Ein Häuschen bauen. Und ein Bauernhof. Wird erledigt. So. Ich hab jetzt da zwei Aussichtstürme, aber nicht genug Stein, um die auszubauen. Auch toll, nicht wahr? Aber ist auch schon fies, das hier. Naja. Zahlt 5000 Tal und 1000 Steine, um das All Kings Castle nach der Prakt wieder auferstehen zu lassen? Wow. Da ist nicht wenig. 2000 Schwefel für 1009. Die 2000 Tal für das Vertrauen. Ausgebaut. Vielleicht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft. Es gibt nicht genug zu essen. Oh nein. Aber was ich seh, ist... Ja. Ist schon ein bisschen, naja... Hart. Stressig, sagen wir es so. Die ganze Zeit angegriffen werden und so weiter. Und... Ja. Freiheit. Geht doch mal an. Fertig, so fort. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, na los. Wir haben einen Held attackiert. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Nichts lieber als das. Angriff. Ich bin müde. Aber kann kein freies Bett. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Vieles. Es ist kein Schwerf. Gut, ich brauch mehr Steine. Die Steinsucht. Ja. Ja, wirklich. Ich muss noch das hier bauen. Ja. Ich muss noch eine Alchemist-Hütte bauen. Stein. Upgrade. So. So soll es sein. Ja, natürlich. Ja, CD. Eine neue Technologie ist erforscht. Das Gebäude ist ausgebaut. Geschafft. Nicht genug Holz. Wow. Was mir das mal passiert. Es ist Zeitag. Wird erledigt. Ähm. Ja, was soll ich denn jetzt nehmen? Ja, das ist jetzt die Frage, nicht wahr? Ich nehme mal das. Ah, habt vielen Dank, edler Helias. Eure grosszügige Geste beweist, dass eure Worte wahrgesprochen waren. Wie schön. Wir haben bereits einen Trupp losgeschickt, der jenen Steinschlag beiseite räumt, der euch den Rückweg versperrt. Damit könnt ihr eure Reise nun fortsetzen. Wir würden euch ja auch im Kampf gegen die Armee von General Kerberos helfen. Aber der Weg, der zu seinem Lager führt, ist erst nach dem Winter wieder passierbar. Wir sind bereits dabei, Truppen auszuheben und eine Armee aufzustellen. Jetzt, da der rechtmäßige Thronerbe unter uns weilt, wollen wir alles tun, damit er sein Erbe auch antreten kann. Dieser schändliche Mordrett. Sobald unsere Armee stark genug ist, können wir gegen seinen General Kerberos marschieren. Alles Gute auch für euch. Wir treffen uns auf dem Schlachtfeld. Nun, gut. Schön. Ich hab getan, was ihr wolltet. Kommt da mal mit. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Der Feind attackiert eure Siedlung. Angriff. Dann brauche ich noch ein paar Leibeigene. Nichts lieber als das. Ah, nur eine Lein. Aber gern. Ah. Der Sieg wird unser sein. Folgt mir in den Kampf. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Also wie es aussieht, ich kann jetzt mal rüber gehen. Da gibt es noch, ja, das ist halt das Dorf hier. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Und, also wenn ich dann auf Sommer stelle, greifen die dann auch hier an. Ich glaube, dann geht auch der Stein hier weg. Wenn ich auf Sommer stelle, dann muss ich zuerst hier die Türme bauen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, ja, ja. Oh. So. So. Ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Bezeugung war ja doch mal was. Nicht? Kommt, ich brauche euch. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. Nicht? Natürlich. Oh. Ich gebe mein Bestes. Jawohl. So gut ich kann. So, wie sieht das materialmässig aus? Akzeptabel. Nun, ihr geht zuerst mal darauf. Die würden dann hier den direkten Weg nehmen. Und das will ich nicht. Die würden sonst dann vielleicht aufgereben. Dann. Ihr seht hier. Das geht sehr langsam mit diesen. Das weiss ich ganz genau. Also ihr müsst wirklich warten, bis ihr... Bis die genug Truppen haben, um euch zu helfen. Alle Rohstoffe sind weg. Na. Sag ich... Sagt jetzt das nicht. Wie gibt es noch genug? Ja, ist gut. Einer eurer Helden wird angegriffen. So. Vieles hier raus. 1, 2, 3. Jetzt braucht nicht mehr. Angriff. Und... 3, 2, 1. Zack. Hier sind wohl noch mehr Feinde. Und jetzt noch du. Was du machen kannst, ist da eine Alchemisthütte zu bauen. Unglaublich. Ich brauche mehr Holz als Stein. Ja, Milon. Eine gute Sache, irgendwie. Türme-mässig sieht es auch nicht schlecht aus. Ja. Stein-mässig sieht es auch nicht so schlecht aus. Fertig, Meister. Da geht es ein bisschen Holz hacken. Sieht es da mit dem aus? Oh, ich habe ja gar nicht weiter. Ich habe gleich forscht. So. Forschung abgeschlossen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So. Und... Dieser hier. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Das ist ja gut. Wird gemacht. Und noch einmal. Ja, ich hätte sie eher da am Ufer aufstellen sollen. Na gut. Nice ist mal dann. Türme-mässig sollte es jetzt eigentlich gut aussehen. Truppen-mässig auch. Ausbau vollbracht. Wie ihr wünscht. Wie ihr befehlt. Dafür sind wir genau die richtigen. Und zack. Verteidigt euch. Schön. So. Sehr schön. So will ich das haben. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Juhu. Ein Held ist in grosser Gefahr. Dann das hier wohl. Zuerst muss ich glaube noch dieses Dorfzentrum ausbauen. Nein, ich nehme zuerst das hintere hier. Das ist besser. Es ist Zahltag. Ach Erik, was machst du denn da? Ich habe getan, was ihr wolltet. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Setti. Lass einfach die Türme den Job machen. Wir machen das gut und schnell. Die Bauernhöfe sind beliebt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ausbau abgeschlossen. Uh. Nun gut. Momentan ein bisschen Stress hier und her. Aber langsam scheint es sich zu beruhigen. Aber das sind jetzt meine Helden. Ich sehe die hier doch irgendwo. Ausbau abgeschlossen. Was mache ich? Ah, genau. Ja. Die schicke ich mal hier runter. Natürlich. Und ja. Ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Old Kings Castle. Das war Old Kings Castle und ja. Ich muss jetzt sagen, langsam geht es. Truppenmässig und so weiter. Die Angriffe kann ich abwehren und... Ja. Gezahlt habe ich auch. Schön. Richtig sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, das war der Super F in die Siedler 5. Das Erbe der Könige. Bis zum nächsten Episode.